Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 7. Ja, in diesem Video möchte ich mit dem Schaltplan-Editor weitermachen, hier mit der oberen Toolbar und dem Menü. Wir haben also hier unseren Schaltplan-Editor, fangen wir hier mit dem ersten Button an, da haben wir hier einmal Änderungen speichern, also ganz normales Speichern. Dann haben wir hier als nächstes die Einstellungen, die mache ich dann zum Schluss, dann haben wir hier die Seiteneinstellungen. Hier kann ich also meine Papiergröße auswählen, Quer- oder Hochformat. Ich kann hier mit diesem Haken übernehmen, ob jetzt diese Einstellung hier in andere Blätter übernommen wird. Hier oben kann ich auswählen, andere Schaltplan-Blattvorlagen, die kann ich mir selber erstellen oder aus dem Internet herunterladen. Mit dem Schaltplan, also mit diesem Blatt-Editor, Zeichenblatt-Editor kann ich mir also hier ein anderes Layout erstellen, dann sieht das hier anders aus und kann ich hier eben entsprechend importieren und dann wird das hier ersetzt. Dann haben wir hier noch unsere Felder, die hier unten in unserem Darstellungsfeld hier unten im Schaltplan angezeigt werden. Die kann ich hier mit verschiedenen Informationen befüllen, das habe ich hier schon mal vorgenommen. Also hier Datum, Revision, Titel, Firma und dann hier bis zu neuen Kommentare. Ich kann auch hier für jedes einzelne Element wählen, ob das jetzt in das nächste Schaltplan-Blatt übernommen wird oder ob das nur hier auf diesem Hauptschaltplan-Blatt dargestellt wird. Das kann ich hier also für jedes einzelne Element wählen, sage ich OK und dann wird das hier unten übernommen. Wir sehen, es werden hier nur die ersten vier Kommentare übernommen, der fünfte verschwindet dann hier aus diesem Fenster raus. Das müsste ich dann entsprechend hier dieses Schaltplan-Blatt anpassen, um jetzt hier noch weitere Kommentare anzuzeigen. Hier sind also nur die ersten vier möglich in dieser Vorlage. So, weit dazu, dann haben wir hier die Drucken und Plotten-Vorgaben. Also ich kann jetzt hier meinen Schaltplan drucken, dann kann ich eben sagen, den ganzen Schaltplan oder das Zeichenblatt, Farbe oder Schwarz-Weiß. Und dann kann ich hier Seiteneinstellungen nochmal separat vornehmen und entsprechend hier mit dem Farbthema drucken, kann mir hier die Vorschau anzeigen lassen. Gehen wir mal hier drauf, machen wir hier einfach mal Farbe, machen wir mal hier KeyCat klassisch und sagen mal Druckvorschau. So, und dann sollte hier eigentlich mein Schaltplan dargestellt werden, aber dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich hier keine Bauelemente drin habe, wird das Zeichenblatt drucken. Sollten wir vielleicht auch mal mit vorgeben. So, man sollte es natürlich auch einstellen, dann wird es auch ausgedruckt. Also Häkchen setzen, ich zeige es nochmal hier oben, Zeichenblatt drucken. Wir möchten das in Farbe haben mit dem Farbschema KeyCat klassisch. Und wenn ich hier auf die Vorschau gehe, dann sehen wir, würde jetzt dieser Schaltplan so gedruckt werden. Gut, wir haben keine Bauelemente drin, deswegen ist das hier im Prinzip ein nackiges Blatt. So, dann können wir hier schließen. Das gleiche dann fürs Plotten. Hier kann ich aus der Zwischenablage Elemente einfügen. Ich kann hier rückgängig machen, STRG Z. Ich kann hier rückgängig wieder in die andere Richtung machen, also mit STRG Y. So, wie man das auch aus anderen Programmen kennt. Dann kann ich hier nach Text suchen und Text ersetzen. Das möchte ich euch kurz zeigen. Ich sage hier Taste A. Ein Bauelement einfügen. Nehmen wir mal hier gleich den BC847. Den brauchen wir auch gleich. Den lege ich mir mal hier rein. Dann möchte ich noch ein paar Bauelemente hineinfügen. Das ist das hier der R, also Widerstand. Dann lege ich mal den ersten hier unten ab. Mit der Taste Einfügen setze ich hier gleich mal noch ein paar mehr dazu. Die verteile ich hier mal irgendwie wild auf meinem Schaltplanblatt. Ob das jetzt so für einen richtigen Schaltplan richtig wäre, sei jetzt einmal dahingestellt. Ich beende mein Werkzeug und ich kann jetzt sagen, suche mir hier den Buchstaben R. Gebe ich hier ein. Ich kann jetzt sagen, ganzes Wort beachten, Klein- und Großschreibung beachten. Und dann kann ich hier suchen und wir sehen es hier, mein Cursor springt hier schon hin auf das jeweilige R, was hier gefunden wird. Ich kann hier das nochmal schließen, zoome jetzt hier mal weiter in meinen Schaltplan rein. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier, suche jetzt hier zum Beispiel irgendeinen Widerstand, gehe hier drauf, zack. Und mein Schaltplan springt hier sofort zu dem ersten R, was er findet. Gut, bei einem R macht das jetzt wenig Sinn, aber wenn der Schaltplan zum Beispiel annotiert wäre und ich suche jetzt R5, ja, und ich hätte jetzt hier irgendwo R5, kann ich das hier schnell eingeben, suchen, zack. Und mein Schaltplan wird sofort auf diese Stelle zentriert, wo sich dieses Bauelement F befindet. Dann kann ich hier ersetzen. Ich mache jetzt hier mal das R durch F ersetzen. Kann ich jetzt hier suchen. Hier wird das erste gefunden. Hier kann ich dann sagen, ersetzen. Er ersetzt mir das. Was er nicht macht, sind die Referenzwertebezeichner ändern. Das ist aber auch richtig so, ein Widerstand soll ja ein Widerstand bleiben und keine Sicherung werden. Aber hier mit den Feldwerten kann ich das machen. Und wenn ich jetzt sage, hier ersetzen, alle ersetzen, dann wird das hier im ganzen Schaltplan durchgeführt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht verhaut. Also mit dieser Funktion suchen, ersetzen und dann alle ersetzen, wäre ich vorsichtig. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Ansicht zu erneuern. Falls mal irgendwo was hängt, kann ich hier sagen, F5, Schaltplanansicht erneuern. Dann haben wir hier die Buttons Plus und Minus für den Zoom. Hier kann ich also rein und raus zoomen in meinen Schaltplan. Geht natürlich viel schneller mit dem Scrollrad. Auch klar. Dann haben wir hier die Taste Home oder Position 1, was ich bereits erwähnt habe. Das haben wir hier nochmal in diesen Button abgelegt. Wenn ich hier drauf klicke, wird mein Schaltplan hier mit dem Blatt so reingezoomt, dass das ganze Blatt dargestellt wird. Dann haben wir hier die Möglichkeit, auf Objekte zoomen. Auf Objekte zoomen heißt, hier wird jetzt der Schaltplan so weit reingezoomt, dass gerade so alle Objekte drauf sind. Das zeige ich euch. Ich gehe jetzt also hier mal drauf und wir sehen, jetzt wird so weit hineingezoomt in den Schaltplan, dass gerade so alle Objekte, die in diesem Schaltplan vorhanden sind, auf meiner Ansicht dargestellt werden. Wenn jetzt hier unten nur diese vier wären, würde er also weiter rein zoomen und nur diese vier darstellen. Jetzt habe ich die natürlich hier grob über den ganzen Schaltplan verteilt. Entsprechend wird natürlich nicht mehr so weit in den Schaltplan reingezoomt. Dann haben wir die Möglichkeit, noch hier mit einem Auswahlzoom zu arbeiten. Das ist dann STRG F5 oder eben dieser Button. Und da kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt nur hier linke Maustaste klicken, ziehe hier so ein Auswahlfenster über diese drei Widerstände drüber. Und sobald ich hier loslasse, zoomt, kicket sofort so weit rein, dass eben genau diese drei Widerstände dargestellt werden. Genauso wie ich das Zoom-Fenster aufgezogen hatte. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier die Navigation durch den hierarchischen Schaltplan. Den kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Das machen wir dann beim hierarchischen Schaltplan. Diese Buttons sind jetzt also für den Einsteiger erstmal relativ uninteressant. Ich beende mal mein Zoom-Werkzeug. Zoom hier mal händisch wieder rein. Dann haben wir hier die Möglichkeit, mit dem Auswahlwerkzeug ein Element zu markieren. Da haben wir hier die Buttons links und rechts drehen. Auch das hatte ich hier schon mal gezeigt oder gesagt. Mit der Taste R geht das hier auch. Zumindestens gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Ich kann aber auch hier mit dem Uhrzeigersinn mein Element drehen. Dann sehen wir hier, auch bei dieser Stelle gleich mal erwähnt, dass diese Darstellung ja hier jetzt recht schlecht lesbar ist. Ich kann also dieses Element hier einzeln anwählen und sagen hier mit Move bewegen. Da sehe ich, dass ich hier so eine blaue Linie dran habe. Damit weiß ich also, dass dieser Referenzbezeichner hier zu diesem Symbol gehört. Das kann ich jetzt separat drehen, ablegen, kann hier den Feldwert anklicken, den bewegen, drehen und zum Beispiel hier unten drunter ablegen. Das ist natürlich ziemlich umständlich. Das geht auch einfacher. Ich kann das Element wählen, drücke die Taste O und mit der Taste O wird hier versucht, von KeyCAD automatisch diese Darstellung sauber so zu positionieren, dass sie eben lesbar ist. Auch hier kann ich nur drauf gehen, Taste O drücken und schon schwupp wird das so platziert, wie es eigentlich oder für KeyCAD meint, ordentlich darstellbar ist. Kann natürlich immer noch dazu führen, dass ich mal nacharbeiten muss. In den meisten Fällen funktioniert es. Dann habe ich nicht umsonst hier diesen Transistor importiert. Das sind die nächsten zwei Button. Ich kann jetzt also diesen Transistor, wir beachten mal, ich kann den nicht nur drehen, sondern ich kann den spiegeln. Das heißt, der Pin 1 bleibt auf dieser linken Seite hier. Aber ich brauche jetzt meinetwegen, warum auch immer, den Pin 2 hier oben, damit ich hier nicht außenrum mit einer Leiterbahn gehen muss. Dann kann ich das spiegeln, indem ich einfach hier drauf drücke, sollte natürlich vorher das Element wählen, es muss ausgewählt sein. Und jetzt kann ich hier Sachen drauf gehen und dann wird das hier gespiegelt. Das geht auch mit der Taste, das war jetzt die Taste X, das war die vertikale Spiegelung. Es geht auch mit der Taste Y, dann wird also hier an dieser X-Achse gespiegelt. Der nächste Button ist dann die Y-Achse und da kann ich also hier an der Y-Achse entsprechend mit der Taste X mein Element hin und her spiegeln. Dann haben wir hier einen Button, Schaltplan, Symbole erstellen und löschen. Damit würde ich jetzt den Symbole-Editor starten. Mache ich jetzt nicht, das machen wir dann in eigenen Videos, wenn wir uns ein eigenes Symbol erstellen. Dann kann ich jetzt hier mit diesem Button Symbol Bibliotheken durchsuchen. Also ich kann das nicht nur mit der Taste A machen, sondern hier über diesen ausführlichen Dialog kann ich also deutlich effizienter oder tiefer in meine Bibliotheken einsteigen und suchen. Und hier eben mir verschiedene Symbole versuchen darzustellen. Hier habe ich das etwas übersichtlicher. Ich kann also hier meine Bibliothek anwählen. Hier links sind die Bibliotheken und hier in dem zweiten Feld sind dann die einzelnen Symbole, die in dieser Bibliothek hinterlegt sind. Wenn ich mal was nicht finde, ist das auch eine große Hilfe, da vielleicht unter Umständen mal in so einer Bibliothek etwas genauer zu suchen und kann dann hier mit einem Doppelklick das Ganze in meinen Schaltplan übernehmen. Dann haben wir hier als nächstes den Button Footprints erstellen. Also ich kann hier vom Schaltplan Editor auch hier sofort in den Footprint Editor gelangen. Ich muss da also hier nicht über diese Auswahl gehen, sondern kann das hier direkt über diesen Button machen. Dann haben wir als nächstes die Annotation. Ich kann also jetzt hier meine Bauelemente oder ich muss ja meine Bauelemente annotieren. Also hier A123 und so weiter, Q123 etc. Und das kann ich hier über diesen Button erreichen. Hier kann ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten vornehmen. Standardmäßig wird der gesamte Schaltplan annotiert. Er fängt hier von oben nach unten, von links nach rechts an. Dann haben wir hier die Möglichkeit, auszuwählen, ob nur das aktuelle Blatt annotiert werden soll. Das macht dann schon mal Sinn, wenn man große Schaltpläne hat, die über mehrere Blätter gehen. Und ich will jetzt hier nicht jedes Mal alles annotieren, sondern eben vielleicht nur dieses eine Blatt. Dann macht das durchaus mal Sinn, hier das zu wählen. Oder eben ich wähle mir eine Anzahl x Bauteile aus und sage dann, ich möchte nur diese Auswahl annotiert haben. Und hier eben untergeordnete Blätter mit einbeziehen oder eben nicht. Dann haben wir hier die Geschichte, möchte ich alte Annotationen beibehalten. Wenn ich also neue Bauelemente hinzufüge, würde ich die alte behalten. Und er zählt dann dort einfach weiter. Oder ich kann hier sagen, ich möchte hier alles komplett neu machen. Dann kann sich unter Umständen natürlich die Nummerierung meines Widerstandes oder meiner Bauelemente ändern, meiner Symbole in dem Fall. So, hier rechts kann ich jetzt sagen, wie er anfangen soll zu zählen. Das ist die Zählweise. Ich lasse das hier auf den Grundeinstellungen. Dann fängt er im Prinzip bei 1 an und zählt dann einfach nach oben durch. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, auf Annotieren, dann sagt er mir, wird jetzt hier alles annotiert. 1, 2, 3, 4, 5 und Q1. Hier kann ich mir noch entsprechend anzeigen lassen, ob Fehler waren, Warnungen, ob das alles geklappt hat. In dem Fall hier Hinweise hat alles gepasst. Ich kann auch nicht durch die Annotation hier über diesen Button wieder löschen. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Ich sage mal hier schließen. Und wir sehen, jetzt hat hier aus diesem Q-Fragezeichen ist hier Q1 geworden. Und hier unten haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 und so weiter nach oben durchgezählt, die Bauelemente annotiert. Als nächstes kann ich hier den elektrischen Rule-Check durchführen. Ich muss vorher annotiert haben, sonst kommt eine Fehlermeldung. Aber haben wir ja gemacht. Also wird jetzt hier dieser Check durchgeführt. Und wenn ich jetzt sage ERC starten, dann führt er jetzt hier einen kompletten Check des Schaltplans durch. Und bringt mir natürlich hier eine ganze Menge Fehler, da ich ja hier noch keinerlei Leiterbahnen gezogen habe. Aber das ist auch von mir so beabsichtigt. Denn ich möchte euch hier mal zeigen, wenn ich jetzt als Beispiel diesen Pin hier nicht belegen müsste. Gut, bei einem Transistor ist das jetzt nicht der Fall. Aber kann zum Beispiel ja mal bei einem Tiny oder bei einem AT Vega zum Beispiel der Fall sein, dass ich ja nicht alle Pins brauche. Dann würde ja hier trotzdem, weil ich den nicht angeschlossen habe, dieser Fehler entstehen. Und da kann ich, um diesen Fehler jetzt zu beseitigen, hier dieses sogenannte Keine-Verbindungs-Symbol hier drauflegen. Ich klicke das mal hier drauf. Wir sehen, jetzt ist das hier angeschlossen. Ich beende mal das Werkzeug. Der kleine Kreis hier um den Pin hier oben ist weg. Damit ist angezeigt, dass dieser Pin angeschlossen ist. Und wenn ich jetzt den ERC nochmal laufen lasse, wir merken uns mal hier 18 Fehler. Dann sehen wir, hier sind es nur noch 17. Und wir sehen, dadurch, dass jetzt für KiCat dieser Pin hier abgeschlossen ist, hier kommt also jetzt nichts mehr dran, ist das für ihn korrekt und der Fehler verschwindet damit. Das ist eine häufig gestellte Frage in den Kommentaren, wenn eben zum Beispiel eben CPUs angeschlossen werden oder so AT Megas, Arduinos etc. Und es werden ja dort meistens nicht alle Pins benötigt. Und dann ist das hier noch offen und dieses Keine-Verbindungs-Symbol ist dran. Und dann fragen mich die Leute, wieso da ständig ein Fehler kommt. Da muss ja gar keine Leiterbahn dran. Das kann ich eben damit verhindern, dass ich hier dieses Symbol setze. Dann haben wir hier als nächstes die Möglichkeit, unsere ganze Schaltung zu simulieren. Ich kann hier also ein Spice-Simulator, eine Simulation fahren, mir dann anschauen, ob mein Signal so aussieht, wie es denn hinten oder wie es denn dann in der richtigen Schaltung mal sein soll. Oder ob sich die Schaltung an sich so verhält, wie ich das wünsche. Das kann ich damit simulieren. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Footprints zuzuweisen. Ich gehe hier mal kurz rein. Wir sehen jetzt also hier unsere Widerstände und unseren Transistor. Hier kann ich also jetzt den Footprint zum Symbol hinzufügen. Also ich habe einmal das Symbol und ich brauche dazu einen Footprint, den ich dann auf der Platine einfügen kann, wo dann die Pads usw. hinterlegt sind. Und hier, auch das ein häufiger Fehler, passiert immer wieder, kriege ich immer wieder Fragen. Es wird dann in den Footprint-Bibliotheken nach BC 847 gesucht. Und hier sehen wir es aber mal ganz deutlich, weil der hier schon fest zugeordnet ist zu diesem Symbol, dieser Footprint. Auch das kann ich machen, das zeige ich später nochmal in einem anderen Video. Sehen wir hier, dass ihr niemals bei den Footprints, niemals nach dem Bezeichnung des Symbols, also BC 847, nach dem Modell suchen dürft. Sondern ihr müsst im Datenblatt schauen. Also ich suche mir jetzt das Datenblatt vom BC 847 raus und sage, was für ein Package hat der. Ja, und da haben wir jetzt in dem Fall hier das SOT 23, der könnte jetzt auch zum Beispiel TO 220 haben oder TO 92 etc. Welchen Vorteil hat das? Es gibt ja durchaus Transistoren, die gibt es in verschiedenen Bauformen. Also die heißen zwar alle, ich sage jetzt mal BC 847 als Beispiel. Und dann gibt es den aber einmal als Betratet, dann gibt es den einmal als SMD und vielleicht nochmal in einer Leistungsvariante. Und entsprechend habe ich dann hier immer ein anderes Package, also SOT 23 oder TO 92 etc. etc. Und da muss man also ein bisschen aufpassen. Das ist ein kleiner Stolperstein beim Keycat. Man sucht natürlich als erstes nach BC 847 bei den Footprints und wundert sich dann, warum man dort keinen Footprint findet. Deshalb hier an dieser Stelle schon das erste Mal der Hinweis, auch das, weil es immer wieder kommt in den Kommentaren. Schaut bitte im Datenblatt von dem Bauelement, was ihr dort verbauen wollt. Nicht nach dieser Bezeichnung Transistor BC 847, sondern nach dem Package. Das gilt auch für alle anderen Bauelemente, die so über den Weg stolpern. Ja, wie kann ich jetzt hier so einen Footprint zuweisen? Ich wähle jetzt hier mal den Widerstand R4 aus. Dann kann ich hier links schauen, R-Resistor. Da habe ich hier zwei Möglichkeiten. Einmal die Betratete Variante oder hier die SMD-Variante. Und dann kann ich mir den hier drüben raussuchen. Nehmen wir also, was weiß ich, was nehmen wir mal für einen? Hier die 8, haben wir hier irgendwo 8.03, müssen wir mal ein bisschen weiter runter scrollen. Nehmen wir jetzt mal den, hier 8.05, hier haben wir es. Hier also nehmen wir den 8.05, Doppelklick drauf. Das heißt, dieser Widerstand wäre jetzt ein Widerstand SMD-Bauform 805. Oder ich kann den jetzt hier den nächsten zum Beispiel mit 12.06 nehmen. Wir sehen hier hinten Hand Solder, dann sind die Pads ein bisschen größer. Wenn ich das Maschinen bestücken lasse, würde ich jetzt hier den normalen 12.06er nehmen. Ich nehme mal den zum Handlöten. Jetzt hätte ich hier also zwei Footprints für zwei SMD-Widerstände. Und wenn ich jetzt einen betrateten Widerstand haben möchte, dann wähle ich hier die Bibliothek THT aus für betratete Widerstande. Und ich nehme dann hier zum Beispiel gerne den DIN 207. Das sind die ganz normalen Viertel Watt-Widerstände hier mit P707,62 mm Horizontalabstand. Das kann ich mir auch hier mal darstellen lassen. Dann sehe ich, wie dieser Footprint hier dann auf der Platine aussehen würde. Das geht mit jedem Footprint. Auch mit den SMDs würde das gehen. Und dann kann ich hier einen Doppelklick drauf machen. Und dann hätte ich jetzt also hier zweimal SMD einmal betratet. Und so kann ich das mit allen anderen auch machen. Okay. Und dann ist das schon übernommen. Wer das nicht auf diese Art und Weise machen möchte, der kann auch hier über dieses Tabellentool gehen. Hier kann ich also sämtliche Werte, die hier in meinen Widerständen oder in meinen Bauelementen zu editieren sind, die kann ich also hier auch über diese Tabelle ändern. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich habe ja jetzt hier noch die Widerstände R1 bis R3 und den R7. Und jetzt möchte ich mal das Value ändern. Also ich möchte sagen, okay, das sind jetzt 4K7 Widerstände, alle vier Stück. Und sage jetzt hier, okay. Dann machen wir zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir den mal als 1K, den nehmen wir als 10K und hier nochmal als 100K. Dann kann ich hier sagen, okay. Und schon habe ich hier meine Widerstände sofort schnell in dieser Tabelle mit Werten versehen und muss jetzt hier nicht jeden einzelnen Widerstand anwählen, die Taste V drücken oder über das Kontextmenü über Eigenschaften gehen. Könnte ich das jetzt hier auch machen. Könnte ich jetzt hier aus dem 4K den Wert ändern, wenn ich das möchte. Aber das macht natürlich eine Menge Arbeit, wenn ich jetzt hier im ganzen Schaltplan jetzt hier über das Kontextmenü Hauptfeld Wert bearbeiten und dann hier aus 1K, was weiß ich, 2K machen oder was auch immer. Das ist natürlich recht umständlich. Da bietet sich hier diese Tabellenübersicht an. Hier kann ich natürlich auch Footprints hinzuweisen, wenn ich weiß, welche ich da brauche. Und das geht dann hier auf diese Art und Weise recht schnell. Gerade wenn ich dann viele Footprints habe. Ich kann hier auch Felder hinzufügen. Das kann unter Umständen auch mal interessant sein. Da gehe ich dann später mal drauf ein, wenn es um die Bestückung geht. Möchte ich jetzt hier nicht machen. Das führt uns zu weit. Soweit, so gut. Dann haben wir hier hinten noch den Button, eine Bauteilliste zu erstellen. Also wenn ich Bauteile bestellen muss, kann ich mir hier diese Bauteilliste generieren lassen. Da steht dann drin, so und so viel von welcher Sorte. Und dann kann ich entsprechend bestellen. Zeige ich auch später nochmal. Hier komme ich dann, wenn ich meinen ERC-Check durchgeführt habe und mein Schaltplan fertig ist, kann ich dann also hier die Platine öffnen. Ich habe jetzt hier ein Plugin nicht installiert, deswegen meldet ihr mir das. Bei euch sollte das nicht der Fall sein. Und könnte mir jetzt hier die Bauteile importieren. Und hier entsprechend dann anfangen, meine Platine zu erstellen. Auch dazu kommen wir noch in diesem Tutorial. Als letztes haben wir hier noch eine Scripting-Konsole. Die ist für den Einsteiger jetzt auch erstmal völlig uninteressant. Kiket ist in Python geschrieben. Und ich könnte jetzt hier über diese Python-Konsole Befehle hinzufügen oder beziehungsweise ausführen lassen, so wie ich das auch bei jedem Betriebssystem über Command machen kann. Da muss ich auch wissen, was ich tue. Das ist jetzt hier für den Einsteiger eher uninteressant. Dann haben wir hier vorne noch die Grundeinstellungen für den Schaltplan. Ich hatte ja im ersten Video hier über Einstellungen, haben wir ja die Gesamteinstellungen erreicht. Und hier habe ich nochmal separat jetzt die Einstellungen für meinen Schaltplan. Da haben wir hier die Formatierung. Dann haben wir hier die Feldnamenvorlagen. Die elektrischen Regeln. Hier bitte gerade die Einsteiger, die mit Kiket anfangen, bitte hier nichts verstellen. Diese Einstellungen sind genau richtig gewählt. Selbst ich, der nun wirklich viele Platinen macht, ich habe hier noch in dem Sinne noch nie irgendwas geändert. Lasst das bitte so, wie es hier ist. Ihr kommt sonst unter Umständen in Teufelsküche, weil euch Fehler oder Warnungen nicht angezeigt werden. Also wenn ich jetzt sage, hier ein Pin nicht verbunden ist, ja hier wird er als Fehler dargestellt. Wenn ich das jetzt hier hinten auf Ignorieren setze, dann zeigt mir Kiket diesen Fehler nicht mehr an. Und das kann dann unter Umständen fatal enden. Nämlich dann, wenn er die Platine produzieren lässt und feststellt, dass er da irgendwas vergessen hat. Also diese Einstellungen bitte so lassen. Und das gilt insbesondere für die Einsteiger unter euch. Hier haben wir nochmal die Pin-Konflikt-Matrix. Auch hier könnte ich jetzt theoretisch Einstellungen vornehmen, indem ich jetzt hier draufklicke. Wir sehen, jetzt ändert sich das hier. Auch das bitte so lassen, wie es ist. Habe ich noch nie was ändern müssen. Das ist genau die richtige Einstellung, finde ich hier von Kiket so, wie man es braucht. Deshalb hier bitte einfach die Finger davon lassen. Besser, als dass man dann sich ärgert, weil dann was schief geht. Dann haben wir hier Netzklassen. Auch das werde ich noch zeigen, was man hier mit Netzklassen anfangen kann. Wir haben Bus-Aliase und Textvariablen. Auch da werde ich in den nächsten Videos noch drauf eingehen. Das sind die Einstellungen. Dann haben wir hier oben noch das Menü. Hier finden wir im Prinzip alles wieder, was wir hier in der unteren Tool-Leiste gefunden haben. Einzig und allein kommt hier noch hinzu, das Hinzufügen von Nicht-Kiket-Schaltplänen. Ich kann also hier mal speichern und kann sagen, okay, hier unterstützte Formate. Ich kann also von Altium, Catstar und Eagle Schaltpläne importieren in Kiket und kann die dann weiter bearbeiten. Ich kann hier weiterhin über diesen Button Inhalt eines Schaltplanblatts hinzufügen. Das heißt, aus einem anderen Kiket-Schaltplan kann ich den Inhalt rüberziehen hier in dieses Blatt hinein und kann damit weiterarbeiten. Ich kann hier nochmal den Schaltplan einrichten. Das habe ich gerade gezeigt. Ich kann jetzt hier diesen Schaltplan als Bild in die Zwischenablage exportieren. Ich kann mir eine Netzliste erstellen lassen und kann hier Symbole zur Bibliothek oder zur neuen Bibliothek zusammenfassen. Auch das werde ich mal bei gegebener Zeit nochmal genauer zeigen. Dann haben wir hier im Prinzip als einziges die Möglichkeit, noch Symbole zu ändern beziehungsweise die Seriennummer des Schaltplanblatts zu bearbeiten. Hier wichtig, dass Symbole ändern. Hier kann ich also im Prinzip so wie beim Text suchen und ersetzen, kann ich hier nach Symbolen suchen und die durch ganz andere Symbole ersetzen lassen. Das zeige ich jetzt hier nicht, sonst führt das zu weit. Das mache ich dann mal bei Gelegenheit. Wir haben jetzt hier die Ansicht. Hier kann ich sagen, was ich hier sehen möchte. Ob ich hier diese ERC-Fehler zum Beispiel sehen möchte oder die Warnungen, ob das angezeigt werden soll oder die Ausnahmen angezeigt werden sollen. Verborgene Pins, verborgene Felder anzeigen. Das kann ich hier also entweder mir anzeigen lassen oder eben nicht. Ich kann hier die Einheiten ändern, kann ich aber auch hier links. Dann haben wir hier das Hinzufügen. Das ist im Wesentlichen das, was wir hier in der rechten Toolbar schon gesehen haben. Ich kann jetzt hier bei der Inspektion, kann ich mich im Schaltplan durch meine Fehler durcharbeiten, indem ich hier sage, zum vorherigen Marker, zum nächsten Marker oder diesen Marker überspringen und kann jetzt dann peu a peu hier durch meine Fehler mich hindurcharbeiten. Das zeige ich dann aber auch, wenn es soweit ist, nochmal genauer. Ja, dann haben wir hier Symbole wiederherstellen. Das gibt es nochmal. Ich kann nochmal die Platine aus dem Schaltplan aktualisieren, zum Platinen-Editor wechseln. Das kann ich, da zeige ich dann auch später nochmal. Ich kann auch den Schaltplan aus der Platine aktualisieren. Da warne ich vor, auch da zu gegebener Zeit nochmal Hinweise. erstmal nur hier der Hinweis, dass es das gibt und hier nochmal das Einstellungsmenü. Das kennen wir auch schon und hier hinten die Hilfe. Damit wäre ich erstmal durch und beim nächsten Mal fangen wir dann mal an, einen richtigen Schaltplan zu zeichnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Probiert das aus. Spielt mal ein bisschen rum. Kann noch nichts passieren. Und da kann man sich mal das eine oder andere anschauen. Schönen Abend. Viel Spaß. Ciao. Ciao.